So, herzlich willkommen zurück zu Wing Commander Saga. Diesmal wieder mit Mikrofon, ja, frei abzusehen nach einer neuen Installation, dass irgendwas dann doch mal schief geht. Aber gut, ja, die letzte Mission erinnerte mich irgendwie auch immer noch ans Black-Mane-System in Wing Commander 3. Ähm, ja, ich habe wieder Aliasing ansehen, dass ich das Anti-Aliasing nicht anhatte, das habe ich jetzt hoffentlich erfolgreich korrigiert. Und, ja, wollen wir weiter, ja. Was ich hier? Ja, ich habe noch einen Begriff, das ist die Zoh-Krasse im Mikrofon. Ich weiß nicht, was ich jetzt nicht, was ich jetzt nicht so weiß. Das ist die Zoh-Krasse, die ich hier in die Welt verknünt. Ich habe jetzt noch mehr als 100,000 Begriff, die hier in ein paar Stunden passen. Der nächste Begriff, der von Cambria, wird in die 1,700 Stunden gelassen. Es consists of a number of transports and a single Frigate. They are all heavily loaded with refugees and of course a prime target to any cats left in the system. I will command Alpha Flight, with Sandman, Assassin, and Ninja on my wing. We will launch from the Hermes and rendezvous with the convoy at the Krieger jump point. From there, we will take as direct a route as possible to the Sirius jump point, skirting a Confederation minefield in the process. We will then hand over the convoy to the picket forces from the 3rd fleet. They'll take it from there. Be advised that we still have Kilrathi lurking in Proxima. Several convoys have already met light resistance and Intel still doesn't know where these forces are coming from. So stay sharp. Major Wright will be leading Bravo. We are going to look at it. für meinen joystick zwischenzeitlichen neuen treiber drauf gemacht, der zum glück aber keine probleme macht, wie wir gesehen haben im letzten teil. dann wollen wir mal wieder in den krieg ziehen hier, ob geht die post kerasi, kerasi ja, akzenpai, ja, ja, sehr viel sehr klassische musik hier ich denke, das war mir. Anyone interessiert in the pack giving, too? Cut the chatter, he's an escort mission, not a sports bar. You can learn multiple contents. He's down. Die jump points sind nicht ganz so geil wie damals, aber okay, also wenn das so rauf und zu geht. Blue Careheart, Hell's Archers, DCS Hermes, what's the situation? We've been bogged down by faulty engines and raiders. We haven't lost any ships so far. We'd like to keep it that way. Feelings mutual. Alpha Flight, pick up best for positions with the convoy. 950 klicks zu convoy. Also ich soll auf jeden fall in die nähe gehen, damit ich hier die autopilot verbinden kriege, so viel steht schon mal fest. Riesen-Action da. Es gibt doch wieder richtig große Kämpfe wahrscheinlich, ja, mutmaße ich mal. Vampire, Vampire, Capship Missiles inbound. Where the hell did they come from? Engage your will! No. Hm. Heating on nun wieder. Heating on nun wieder. Ich hoffe, ich muss das nicht alleine regeln hier. Weil dann habe ich wahrscheinlich verschissen. Ja, das sieht gut aus. Ich mache mit. So, die sind schon mal weg. Aber da kommen noch mehr, ne? Ja. Okay. Dann müssen wir anscheinend nicht drauf. Request anti-ship strike. Colonel, all available bombers have been committed elsewhere. Negative on your request. Looks like we're going to play the waiting game. We'll stay with the convoy and let the cats make their first move. Until then, engage autopilots. Proceed to the next baseline. Okay. Sorgenhafte Grafik, ne? das ist schon echt neust müssen wir diese Cap Ship Missiles loswerden hier und ich treffe nichts, das wird's nicht Oh shit Homeboy Beschützend hergeschlagen Ist das jetzt storybedingt oder bin ich echt zu schlecht mit dieser Sache? Na ja, es geht jedenfalls erstmal weiter. Ich bin vielleicht zu schlecht was diese Capship-Missiles angeht. Ich kriege die denn noch einfach nicht. gut dann können wir uns nicht gelogen wir können uns nicht schießen wir können uns nicht schießen Bom. okay nun entweder hätte ich das besser machen sollen können oder das läuft so dass da ein so ein ding hoch geht ich weiß es nicht das ist jedenfalls nicht ganz der schalter gerade da ist man immer so ein bisschen im ungewissen den habe ich erwischt ja ja Was ist das? Den hab ich wohl erwischt mit ner Rakete, ne? Hm, ich war nicht derjenige, der der Finger erwischt hat. Ich gehe einfach, ich gehe einfach rüber, dass es dich nicht entschחend wird. Jetzt einfach zu machen, die Rang 시발ie auf die Dauer auf den Rang, dann wieder auf den Rang heißt. Ja, ich gehe wieder auf die Dauer. Jetzt habe ich mir, ich freue mich mit dem Rang. Denn die Dauer am liebsten. Die Dauerkirk, da ich sehr kalt. Die Dauerkirk, da ich so viel ab. Die Dauerkirk, da ich immer wieder aus. Die Dauerkirk, da ich schwelte! Ja, ich hab ihn! Schauen wir, wie das weitergeht, ja? Da bin ich in der letzten Mission definitiv besser gewesen, da hab ich meine Ziele erreicht. Und dann drauf, ja? Feuern nach eigenem Ermessen. Vielleicht, dass ich die selber noch abkriege hier. Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was zu retten ist. Die Varsity ist in der Bombardierung. Sie müssen aus den Missilen. Sie können fly wie ich, wie Sie sind. Ich glaube, Sie sind richtig, Ninja. Zimmons, wenn Sie noch weitere Missiles haben, die Zeit ist jetzt. Archers, engagieren Sie! Die Varsity. Die Varsity. Die Varsity. Die Varsity. Die Varsity. Jeхra. Sie sind aus der Verbindung. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ja 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 ja, hier sauer es los oh, eine Vergnadene, Mofo Was ist das denn hier? Ich hab da aber nicht auf dich geschossen, Junge. Was ist denn? Oh dear. Ich hab da rein geflogen. Ich hab dich geflogen. Wir sind in Frankreich. Hermes Command? Das ist die letzte von den Raiders. Wir sind noch nicht klar bis zum Domepoint. Auf Wiedersehen, Simmons. Proceed, Junest Waypoint. Big Bang! Wir sind in der Kalle. hierherum hierherum part of a refugee convoy drawn to soul we appreciate safe passage through this jump point It's been a fun day Not a problem, student both of the third fleet is on the other side of this jump point hearing good hands Sporting arrows you're relieved of duty your pleine sprint or Brنت we stand relieved all fighters return to the heavens well done we managed so wie es aussieht und die zahlen ist auch langsam um das ist so schnell wie wir sehen können, Archer diese Mission war so nah wie du siehst, direkt zu protecting diejenigen, die du sagst, zu servieren keine Mittelmeer, keine Abstände Regeln, nur die Mitglieder der Konfederationen in Peril diese Menschen, die alles verloren haben, waren auf uns, um zumindest zu geben, um die Chance zu beginnen Ich hoffe, dass das auf deiner Stomach so stark sitzt, wie es auf meiner Seite ist. Hoffentlich wird es dir den Kick in den Aß geben, die du nächstes Mal rauskommst. Denn wenn du wieder in diesem Platz bist, dann sind es deine Leben, die verloren sind. Versagen... tut mir leid. Besser konnte ich aber nicht fliegen. So gehen wir dann dazu. Ein Verteidigungsflug, der nicht ganz so gut gegangen ist. Bis zum nächsten Teil dann.